Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute möchte ich euch ein neues Case zeigen für meinen OnePlus Open bzw. Oppo Find N3 und ich bin sehr gespannt auf dieses Case. Es ist wieder so ein Carbon Fiber Case aber mit einem anderen Muster und ich packe es jetzt zum ersten mal aus. Ist kein Kleber dran ok. Oh leu. Da fallen die Dinger erstmal weg. Aber holy shit Freunde. Ich habe das schon auf Bildern gesehen und oh mein Gott sieht das geil aus. Ohne Spaß. Ich wollte mal ein anderes Muster nehmen. Ich habe bisher immer dieses Standard Ding genommen und dachte mir das hier ist doch mal ein Upgrade. Aber richtig fett. Was ja auch ziemlich geil ist an dem Case. Hier ist das Front Cover. Ist dass es MagSafe integriert hat. Hier sieht man den Ring. Bisher musste ich so einen billigen MagSafe Ring hier drauf klatschen wenn ich MagSafe haben wollte. Jetzt ist es nicht mehr so. Das ist einfach deutlich schicker und eleganter als das hier. Würde ich sagen machen wir das alte Case mal ab. So und da haben wir das Handy. Gut dann würde ich sagen wir packen es einfach dran. Die Klebestreifen mache ich dann mal anders ab. Erstmal will ich das nur erstmal austesten wie das hier drauf ist. Oh ja Freunde. Oh ja das. Oh mein Gott. Das ist so sick. Das ist so sick Freunde. Oh mein Gott. Ich werde erst mal angerufen. So nachdem ich den Anrufer abgewimmelt habe können wir auch schon weitermachen. Also holy shit Freunde. Wie gesagt das sieht super sick aus. Oh mein Gott. Wir können mal gerade MagSafe ausprobieren. Ich habe hier so ein MagSafe Dingsbums. Ja. Boah das hat einen starken Magneten drin. Das ist toll. Ohne Spaß Freunde. Das ist das ist ziemlich ziemlich cool. Wir machen jetzt nochmal den Frontpart dran. Das hier auch alles gut läuft. Und ja. Hält bombenfest Freunde. Das ist so cool. Ohne Spaß. Das sieht einfach richtig sick aus. zieht euch dieses Muster rein. Das hat eine richtig gute Textur. Also man spürt hier richtig all diese Einkerbungen und so. Also wie auch immer man es nennen mag. Aber das fühlt sich richtig richtig gut an. Und es sieht auch echt spitze aus. Es ist so ein bisschen orange mit blau gemischt. Und oder? Ja doch. Sieht nach orange aus würde ich sagen. Und das sieht echt geil aus. Also ohne Spaß. Jetzt hier noch so ein so ein keine Ahnung Popsocket mit dran. Und das hält bombenfest wie gesagt. ne. Jo. Da würde ich sagen. Ich finde das hier tatsächlich deutlich schicker. Als das Standard Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem hier mit diesem billigen MagSafe Ding noch drauf. Aber gut. Dann würde ich sagen. Das war es mit diesem kurzen knackigen Video. Wenn es euch gefallen hat. Geht gerne Like und Abo. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.